Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sven Gokar ist Fussfotograf. Er kommt aus Deutschland und ist Spastiker. Durch seine körperliche Besonderheit hat er eine neue Art von Fotografie erfunden. Wie er auf diese Idee kam und wie er das umsetzt, hörst du im Beitrag von Valentina Scheiwiller. Sie hat ein schriftliches Interview mit Sven Gokar geführt, weil er selber nicht gut sprechen kann. Darum hörst du im Beitrag eingesprochene Antworten. Die Sonne erscheint durchs knallgrüne Blatt. Es ist so nah fotografiert, dass man jede einzelne Rille sieht. Nachaufnahmen sind Sven Gokar seine Spezialität. Häufig sehen die Fotos aber ein Rätsel für die, die sie anschauen. Sie fragen sich, was zum Guckguck hat er jetzt hier fotografiert? Und dann kommen wir. Der Moment, wo die Leute checken, was er sei. Und genau das ist, was der Fussfotograf so liebt. Ich möchte die Menschen einladen und inspirieren, sich hin und wieder Zeit zu nehmen für die wunderschönen kleinen Dinge in der Natur, die so häufig übersehen werden. Und ich möchte ihnen das Besondere im Alltäglichen vor Augen führen. Ein Perspektivenwechsel. Die Welt von unten nach oben, statt von oben nach unten zu sehen. Und dabei die kleinsten Details im Fokus zu haben. Das macht der Fotograf Sven Gokar. Besonderheiten im Alltäglichen Leben zeigen. Ein Ziel, das einfacher klingt, als es ist. Denn er kann nicht wie viele andere eine Kamera in der Hand halten. Ich bin Spastiker von Beruf, hätte ich fast gesagt. Das führt dazu, dass mein Körper sehr häufig nicht das macht, was ich möchte. Auch kann ich meine Kraft oft nicht gut regulieren. Kurioserweise gehorchen mir meine Füsse besser als die Hände. Und genau darum fotografiert er mit den Füssen. Also genauer genommen hebt er mit dem linken Fuss die Kamera. Mit dem rechten Fuss bedient er sie. Er nimmt eine grosse Zeche und zoomt und klickt mit dem ab. Wenn ich ein interessantes Motiv sehe, setze ich mich davor hin. Meist auf den Boden und stelle dann die handelsübliche Kamera vor mich. Er sehe ich die Beeinträchtigung als Chance, aber auch als Hindernis. Es sei nicht ganz einfach, mit den Füssen eine Kamera zu bedienen. Hat er aber keine Beeinträchtigung, hätte er das Fotografieren mit den Füssen wahrscheinlich nie entdeckt. Und genau das sei ja das, was seine Fotos so speziell macht. Es gäbe ich eine andere Perspektive, als wenn man mit den Händen füttelt. Und das ändert nicht nur seine Perspektiven, sondern auch die von den Betrachterinnen. Zunächst war es nur eine unausgereifte Idee, eine interessante Freizeitbeschäftigung. Ich hatte anfangs im Traum nicht daran gedacht, so an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann, mit der ersten Ausstellung, erkannte ich, dass meine Fotos nicht nur interessant, sondern auch relevant sind. Ich kann Menschen damit erreichen, sie inspirieren und ihnen ganz nebenbei ein anderes Bild von Menschen mit Behinderungen vermitteln. Als Fussfotograf ist Sven Gokar schon seit 2006 unterwegs. Er will dabei nicht nur seiner Leidenschaft nachgehen, sondern thematisiert gleichzeitig das Thema Menschen mit Einschränkungen. Durch seine Ausstellungen kann er zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur auf ihre Defizite reduziert werden sollen. Sie können genauso viel wie alle anderen auch. Und sie bringen eine neue Perspektive auf Alltäglichkeiten. Mehr über den Fussfotograf Sven Gokar findest du auf seiner Homepage. Dort hat er Videointerviews, Bilder und Texte über sein Schaffen hochgeladen. Den Link dazu findest du auf rabe.ch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.hansgrohe-int.com